Ja, und bei mir ist es weiß und dunkelbraun. Weiß und dunkelbraun, okay. Das sind sehr eigenartige Hühner. Siehst du, jetzt ist es übrigens was an deinen Feldern, mal ein bisschen wachsen. Ja, nicht schlecht. Siehste, läuft. So, ähm, hast du es schon gesehen oder hast du es noch nicht gesehen, was ich da anbauen bin? Die Felder habe ich schon, weil ich gerade drüber gesprochen habe. Was finde ich die Felder? Nee, was anderes habe ich nicht gesehen. Guck mal hier an dieser Brücke, die du so schön findest. Mhm. Guck doch mal selber. Mach ich gleich, aber ich will jetzt erst das Feld abernnen. Ja, dann erst das Feld ab und dann kommst du hier hin. Ja, mach ich. Na, weil, äh, du sollst ja selber gucken, was ich hier gemacht habe. Mach ich ja auch gleich. Du musst wissen, wo genau, damit ich nie wieder hier doof rumröre, weil, ähm, Orientierung war ich immer noch wie ein Turnschuh. Wie eine Bockwurst? Ja, ein Turnschuh. Nee, ich will eine Bockwurst. Ja, du kriegst ja nicht. Turnschuh. So. Eins, zwei, drei. Bin mal gespannt, was er nachher sagt. Zwei, drei. Och, die Nase krall. Könnte mich aufregen den ganzen Tag. Mürchen, Mürchen, Mürchen. Bin gespannt, was er sagt. Könnte mich aufregen den ganzen Tag. Was? Was? Was echt macht? Wie, was echt macht? Meinst du jetzt mich oder meinst du jetzt... Was denn? Nein, ich ernte gerade wo. Ich brauche Holz. Und schon wieder? Immer. Was schon wieder alles angekommen? Immer. Ich brauche immer Holz. Hab ich hier gerade eine Pflanze? Ey. Wusstest du, dass es Schaden gibt, wenn die Melonen und die Kürbisse in dem Feld wachsen, wo du gerade stehst? Ja. Gut. Ich nicht. Ich habe gerade hier schon wieder eine Pflanze. Wenn du da länger stehen bleibst und nicht rauskommst, dann heißt es suffocated in a wall. Äh, in a wall. Krass. Ehrlich? Ja, ist stecken geblieben in der Wand. Ich meine, ich hatte das am Anfang ja gehabt, wo ich hier auch mir auf die Baumstämmen Dinge gemacht habe, und dann der Baum in mir sozusagen gewachsen ist, da hatte ich das ja eigentlich. Der Baum in dir, wecke den Baum in dir. Ich wecke den Baum in dir. Und decke den Baum in dir, da dann erwachse. Ach ja. Wir hatten damals in V.O.W. einen Spieler, der hat sich Baum genannt. Ja. Und hat einen Baum gespielt. Baum ist, äh, die... Wie kann man einen Baum spielen im V.O.W.? Ja, früher gab es den Baum als permanente Form für den Druiden. Mittlerweile ist es nur noch so eine 60-Sekunden-Form, was ich voll abturnend finde, weil der Baum ist schön. Ach ja, ja, stimmt. Ja, jetzt wo du es sagst. Und, äh, ja, er hat einen Baum gespielt, denn er hat sich auch Baum. Weil, warum? Der Baum, der Baum. Der Baum. Mein Freund, der Baum. Ähm, würdest du auch... Was würdest du bedanken? Ich hab mir meinen Dienstag... Ah, selbstgespräche? Ja, mach ich manchmal. Ich glaub, sie ist verrückt geworden. Was? Nö, noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Jo. Ich werd auch bald verrückt, wenn das hier so weitergeht. Ich kotze gleich ins Essen. Was? Und B Punkt. Was nochmal bitte? So ein Haus von mir, A Punkt und B Punkt. Ja. Was ja so schön passiert ist. Es ist noch, noch ein Grund mehr, warum ich mich freue, wenn wir eine eigene Wohnung haben. Ey, das hast du jetzt auch nicht zum ersten Mal. Ich weiß, dass ich mich dahingehend wiederhole, aber es ist, ich freu mich einfach so sehr da drauf. Und dann nie wieder rechtfertigen für irgendwas und nicht mehr anhören müssen. Ja, nur noch mehr gegenüber. Ja, man, das hört sich ja nicht mal auf, nein, wir haben Essen gemacht. Ach, herrlich. Wenn's nicht so traurig wäre, ne? Ja. Wenn's nicht so traurig wäre, kann ich immer tüber lachen. Nee, ich kann das schon seit drei Jahren nicht mehr. Machen. Seit dreieinhalb Jahren mach ich das Hobby und ich hatte null Toleranz für das Hobby bisher von meinen Eltern bekommen, also weißt du Bescheid, ne? Ja, das Problem ist, dass ich ja dachte, reden hilft. Aber es hilft nicht, weil ich rede ja immer und erkläre und mache und erzähle, es interessiert keinen. Es interessiert wirklich null. Nada. Das kenn ich nicht von meinen Eltern, wenn man denen was erklärt und so, wenn man eben wirklich sich mit denen beschäftigt und die das dann auch verstehen, dann hat's dann nie Probleme. Gar nicht. Nie. Ich hatte auch noch Probleme mit meinen Eltern, dass die so überfürsorglich waren und immer Sachen halt nicht erlaubt haben, wo man sich denkt, das klingt auch ernsthaft jetzt, aber auch so, damit. Wir hatten immer voll unsere Privatsphäre ausgezogen. Ja. Ich hatte gerade einen lustigen Bug. Was hast du? Ich habe keine Taste, weder an der Maus noch an der Tastatur und der hat die ganze Zeit mit der Hacke geschlagen. Ja, okay. Oh, nicht schlecht. Ich habe den Hacken-Bug. Den Peter-Hacke. Peter-Hacke? Ja. Ja, das ist doch dieser Vogel da, der immer nachspricht. Der Hacke-Peter ist, glaube ich, ein Hund oder so. Der Peter-Hacke ist ein Kater. Oder ein Kater. Komm hier raus. Hey, guck mal hier. Megas Drache guckt in den Hühnerstall. Das sah gerade witzig aus. Mein Drache fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Oh mein Gott. Was? Nur so. Oh. Was ist denn hier? Ist dir eine lustige Gesellschaft eingeladen? Nö, jo. Aua. Nö, Peter hier. Ich Peter hier gar nicht. Was? Ich sag mal, ist denn... Ist alles von der Sache? Der Drache kommt dir helfen. Hey. Oh. Ich bin gerade abgestürzt. Nö, du bist hier mal mir noch und fliegst hier noch rum. Ja, aber wo ganz woanders bin ich gerade aufgetaucht. Naja, gut. So, was baust du denn jetzt hier? Machst du weiter mit die Mauer, ne? Ja, mehr oder weniger. Das ist ja der Haupteingang zu unserer Stadt. Ja, nicht schlecht. Guck mal an. Hier kommen doch immer noch mal Ideen. Ja, mir kommen noch Ideen. So ist es nicht, aber... Ne? Intolerante Leute verhindern meine Ideen. Ja, ist ja gut jetzt. Komm, halt dich nicht dran fest. Ist das einfach gut, falls es mich stört. Ich geh ja auch nicht abends bei denen rüber und frag die fünfmal. Was guckst du, was guckst du, was guckst du? Ja, gut. Und nervt die. Ist ja gut jetzt. Man muss auch mal, ne? Du weißt genau, wir hatten da jetzt erst letztlich eine ernsthafte Auseinandersetzung. Und was man immer sagt, wenn man wütend ist, das... Ich bin ja noch nicht mal wütend. Ich bin stolz. Ich dachte, du bist das nicht das selbe. So, ja, noch ein bisschen Holz. Eichenholz. Da haben wir noch... Ne, das ist Fichte. Du kommst mal woanders rein. Boah. So, Fichten... Hä? Nochmal. Ist doch die Fichtenholzkiste. Mann, bin ich bescheuert? Na, doch jetzt nicht beitelt. Was? Ich hab mich nur geräuspert. Ja, ja. Wer von euch hat jetzt noch gedacht, dass du so... So, doch, bist du... Ich hab mich nur geräuspert. Ja, 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 ja. Was ist das Problem? Ja, ja, ja. Girl, save you. Was ist das Problem? Das glaubt man dir jetzt alle. Ich hab mich nur geräuspert. Ich muss dir jetzt auf die Piste über den Setzlingen, wo Büsche draufstehen, ausweichen, weil die voll ist. Falls du dich wunderst. Aber wunderst du dich ja eh nie, weil die Ordnung im Lagerhaus interessiert ja auch nur mich. Und sonst... Ordnung? Ja, ja, ja. Ich hab's eben gewöhnt, wie jetzt. Ja, ja, genau, wie jetzt. Wie jetzt Ordnung? Ja, ja. Versteh ich nicht. Ich weiß, dass du das... Please explain it to me. Nö. So, dann haben wir hier dann noch was. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, um so hier umzufliegen und das in die einzelnen Kisten einzusortieren. Hab damit eigentlich auch kein Problem. Eins, 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 zwei. Einfach da so dramatisch drin ist. Eins, 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 zwei. Okay, passt. Ich hab übrigens eine Eisenbahn bekommen. Ein Eisenbahn? Und ein Zombie. Ein Zombie hat eine Eisenbahn getroffen. Was macht denn der damit? Keine Ahnung, ich wollte sich ne Rüstung machen. Hab ich's. Jetzt hast du die Rüstung. Hat bestimmt ewig gebraucht, um diesen einen Eisenbahn zu fahren. Und Tommy ist das ja nicht so leicht, ne? Eisenbahn... Zwei, zwei Stacks-Eichen. Kuro, es tut mir leid. Kuro, es tut dir leid. Nein! Nein! Du baust ja jetzt nicht Kuro's Haus an. Nein, ich... Ich hab nur seinen Baum abgebaut. Ich pflanze ihn ja auch wieder neu. Ich hab doch grad ins Lager Eichenholz gemacht. So wie auch Polen. Freundchen. Wissen. Ich hab auch extra ein paar Birkensetzlinge gepflanzt, für denjenigen, der Birkenholz brauchte. Findet sich dann... Das wäre dann wahrscheinlich Siro. ...Sondern halt nicht, aber es war Potsdam. Wenn ich mich nicht lern. So, bringst du mehr Holz? Nö, ich hab grad ins Lagerhaus geschafft. Was? Hättest du mir das vor... Hättest du mir das ein paar Sekunden eher gesagt? Hätt man drüber reden können, aber... Ja, dann komm ich jetzt vorbei. Großart Problem. Oh, nie. Hier hinten in dem Gebiet sind kaum Fackeln und die Viecher tummeln sich hier in Westrad. Ja, wo wir noch bauen möchten, in das Gebiet meinst du? Ja, da ist nur vorne sind halt Fackeln, ne? Aber in hinterm Bereich ist es stockfinster. Ich glaube, es ist mir jetzt hier zu... Liebe Eiche, bitte weiche. So riskant ist mir das gerade. Liebe Eiche, bitte weiche. Wo bist du jetzt? Im Lagerhaus? Ja, ich bin wieder auf dem Weg zurück. Alles klar. Warum? Nee, ich wollte... Ich wollte fragen, ob ich der das heute wohnen soll... Nee, ich bin grad an dir vorbeigeflogen. Ich hab's jetzt. Ich hätte eh keinen Platz gehabt, ich muss erst mal ein bisschen Platz schaffen, quasi. Von daher soll das Showrecht sein. Aber Koppel brauchst du ja auch viel, ne? Ja, ich hab auch noch drei Stacks im Inventar. Zwei Stacks und einen halben, so immer. Warum? Nö, sonst hätte ich dir jetzt noch Koppel gebracht, aber... Boah, fast ein Lieferservice. Ja, wenn ich jetzt eh mal hier bin. Ich hätte gern zwei Stacks, Koppel. Jetzt in echt? Nein. Weil du so ein perfekter Lieferservice jetzt gerade warst. Ja. Oder gewesen wärst. Gewesen wärst. Ah, Entschuldigung, Leute. Ich hatte gerade so einen kleinen Kratzanfall, aber es hat gejuckt. Da wollte ich schnell kratzen, weil ich in den Koppschutz gelangt. Oh, das ist nicht gut. Der hat's da mal vielleicht gescheppert. Es hat gescheppert, fahr zu Gebärd. Hm. Was denn? Nix. Das mach ich am besten anders. Ach, jetzt hab ich gerade... Ach, verdammt. Verdammte Axt. Was hat die Axt damit zu tun? Nischt. Aber bald. Oh, ich könnte noch so ein paar Schilder brauchen, dann würde ich nämlich... Jawohl, der Markt braucht ja heute früder Tag, also kann ich jetzt weiter die letzten Eichenbäume... Und dann kann ich ja nochmal... Mach, was du denkst. Kann ich ja nochmal ein paar Sitzlinge anpflanzen von Eichen. Ja, ich hab auch noch 30 im Inventar, die kannst du dir gerne abholen und anpflanzen mit. Boah, ich hab 64. Solltest du sie brauchen. Nö. Ich auch, komm. Es sind eh nicht mehr so viele Eichenbäume, also ich schau dann jetzt hier mal das Plateau wieder voll. Boah, ich tue jetzt die letzten Eichenbäume, die hier noch verblieben sind, abholzen und bring dir das Holz. Okay. Das wäre sehr lieb und ich kann dir gerne die Eche-Sitzlinge da mitgeben. Wenn wir so loswerden, geht's unbedingt. Ja, was heißt loswerden? Zeig. Ich bin halt gerade was Größeres wieder mal am Bauen. Ja. Ich weiß nur noch nicht, wo... Wie gesagt, und dann will ich mir mal für die nächste Aufnahme nochmal das Bauernhaus zum Gemüte führen und da werde ich auch mal am Bauen. Ich weiß halt nur noch nicht genau, wo der Weg genau hingehen wird hier. Ja, hast du ja gesehen. Soll halt ein Tor werden, weißt du? Hey, ich hab das schon verstanden. Finde ich echt eine schlechte Idee. Eine schlechte Idee findest du nicht? Ja, betrachtest. Nein, finde ich echt nicht schlecht die Idee. Das Blöde ist halt nur, mehr ist der Berg im... äh Bergweg. Weh. Das ist ein Problem, ja. Siehst du, das ist unsymmetrisch dadurch. Verstehste? Aber es krieg ich schon irgendwie hin. Ich hab bisher jetzt ja alles hingekriegt. Würde ich mal so sagen. Irgendwie. Ah, siehste, hab ich doch neu im Inventar. Das ist gut. Das ist gut, das ist ja gut. Dann machen wir mal, flupp, flupp, und flupp. Lass mich schon mal überlegen. So, das war's mit den Eichen. Ich komm mal schnell dir das Holz bringen. Boah, muss ich nicht mehr so viel. Vom Holz meinste? Ja, war nicht mehr so viel? Ja, war nicht mehr so viel übrig, Mensch. Ja, Entschuldigung, du bist gerade so total leise. Sprichst gerade total leise ohne Kopfhörer. Nö. Ich hab, ähm, das Ding verrückt wahrscheinlich deswegen. Du bist lu. Derículos. Vielen Dank.